Wir sind sozusagen nicht am Ende der Anhörung, ganz im Gegenteil, aber am Ende der Sendung, der Übertragung. Wir werden heute Abend natürlich nochmal darauf eingehen. Das ist eine ganz besondere Schlüsselfigur, Gordon Sondland. Warum? Ja, er hat sehr oft mit Trump gesprochen, weil er ihn auch in den Wahlkampf unterstützt hat, viel Geld gegeben. Politisch war er dadurch dann belohnt, dass er diese schöne Botschafterposten bekommen hat. Also er war der Mann, der sagen könnte, was Trump wollte. Er war bereit zu sagen, jetzt Sondland, dass er den Eindruck hatte, dass Trump wollte, dass die Ukrainer öffentlich bestätigen, dass sie Burisma und 2016 untersuchen. Hier sehen wir, dass der Präsident immer noch versucht und mit Hilfe von Sondland, vielleicht ist es ihm auch gelungen, plausibel zu leugnen, dass er konkret schwarz auf weiß diese Quid pro quo befohlen hat. Also das ist quasi die entscheidende Frage. Ist es so, dass der Präsident selber oder über seinen Anwalt Giuliani diese Anweisung gegeben hat, so mit der Ukraine umzugehen, beziehungsweise diese Vorwürfe quasi dann bestätigen zu müssen. Jetzt ist die große Frage, ist das, was wir jetzt in den letzten Stunden, kann man schon sagen, von Gordon Sondland gehört haben, eine zusätzliche Belastung für den Präsidenten? Eine zusätzliche Belastung für den Präsidenten durch den Schlagzeilen geht, dass der Präsident diese Verbindung angeleitet hat, directed. Belastend auch für Rudy Giuliani, dass er dahinter stand und dass die Diplomaten immer mit Präsident Trumps privater Rechtsanwalt sprechen müssten. Belastend für Außenminister, Secretary of State Pompeo, weil Sondland sagte, ich habe alle immer informiert, in the loop, die waren alle informiert. Wir wussten alle, um die Ukraine zu unterstützen, auch die Waffenlieferungen zu bekommen, denn Sondland behauptet, er wollte die Ukraine unterstützen. Um die Ukraine zu unterstützen, müssen wir die Ukraine dazu überzeugen, Trumps Spiel zu spielen. Und dieses Spiel war ein Spiel gegen Joe Biden, gegen den Konkurrenten. Wir haben jetzt noch keine Meldung, keine direkte Meldung von Donald Trump zu dieser Anhörung, die ihn ja schwer belastet, wie Sie gesagt haben, gehört. Ist das eher ein Zeichen, dass er sich zunächst mal zurückzieht, dass er überlegt, wie reagiert er darauf? Oder was ist das für ein Anhaltspunkt, dass wir noch nichts gehört haben? Wir müssen feststellen, dass Trump sehr viel Kritik bekommen hat, als er beleidigend getwittert hat über die vorherigen Zeugen, vor allem die Frauen. Dann ist es so, dass wir heute sehen, statt dass Trump selbst twittert, vom Weißen Haus, offizielle Konto, nicht persönliche Konto, hören wir die Kritik, vor allem an den Demokraten, weil aus dem Weißen Haus hören wir no quid pro quo. Da war kein Deal gemacht worden, sondern das war so alles angedeutet. Wenn wir jetzt das zusammenfassen, was wir heute gehört haben und auch auf dem Hintergrund dessen, was gestern an belastenden Äußerungen der Zeugen passiert ist, wie würden Sie jetzt die Situation insgesamt einschätzen? Wir haben ja auch gestern darüber gesprochen, dieses Impeachment-Verfahren ist ein unglaublich schwieriges Verfahren, ein komplexes Verfahren und es führt letztendlich ohnehin möglicherweise ja gar nicht zu einer Absetzung des Präsidenten, weil die Mehrheiten ja noch stehen. Oder ist das Misstrauen bei den Republikanern jetzt so stark gewachsen? Also es ist historisch, es ist eine neue Herausforderung. Wo das hingeht, wissen wir nicht genau, natürlich, aber was wir sagen können, die Zeugen bis jetzt haben keinen, das ist ein brutaler Kopfschuss, also keine einzelne Fall, dass er da wirklich Trump erledigen könnte. Aber ich denke an einen anderen Metapher, Tod durch tausend Schnitte. Jeden Tag werden die Schlagzeilen Amerikas dominiert von den Aussagen, die sie zeugen. Und dann holt man aus den drei Stunden Aussagen die 30 Sekunden, die am emotionalsten wirken. Und das ist jeden Abend für Trump eine Herausforderung. Und das geht noch zwei Monate lang. Andrew Dennison, danke für die Einschätzung.